Oh, einmal pro Woche eine kleine Spritze in den Bauch und schon purzeln die Funde. Was zu schön klingt, um wahr zu sein, scheint jetzt auch Realität geworden zu sein. Ihr werdet es mitbekommen haben. Es gibt eine Spritze zum Abnehmen. Nicht nur Elon Musk, sondern auch Kim Kardashian haben es mit Erfolg probiert. Und auch in den sozialen Medien, wenn man sich bei TikTok mal umschaut, hunderte Millionen Beiträge zum Thema Semaglutit oder auch die Abnehmenspritze. Was da dran ist, was für Nebenwirkungen es gibt und bei wem es vor allem wirkt, das erzähle ich euch jetzt. Mein Name ist Dr. Mietkonzerni-Wagner. Ich bin Frauenarzt. Und mit diesem Kanal versuche ich, die Frauengesundheit wieder ans Licht zu rücken und all die Themen, die die letzten Jahrzehnte vergessen wurden, aufzuarbeiten und mit euch zu besprechen, damit ich euch helfen kann. Dann helft ihr mir, indem ihr abonniert, kommentiert, die Videos teilt, dass es wirklich um die Welt geht. Dann kann ich nämlich zusehen, dass ich mehr Videos dieser Art mache. Um den Wirkstoff. Semaglutit ist ein riesiger Hype entstanden. Aber wie funktioniert das eigentlich, wenn ich mir hier was spritze? Was passiert da genau in mir drin? Das Schlüsselwort ist ein Peptid, was sich Klucagon-like Peptid nennt, also so ähnlich wie Klucagon. Klucagon wiederum ist ein hormonartiger Stoff, der unseren Blutzucker erhöht. Er setzt quasi in der Leber an und führt dann dazu, dass aus einem Speicherzucker der normale Zucker, den wir als Glucose zum Beispiel kennen, freigesetzt wird. Freigesetzter Zucker im ganzen Blutkreislauf ist in einem gewissen Maß okay. Aber wenn es zu hoch ist, das kennen wir alle, führt es nicht nur zu vielen Erkrankungen, die die Gefäße zum Beispiel angehen, sondern eben auch zu dem typischen Bild des Diabetes mellitus. Und wir kennen alle auch den Stereotypen, da hat man ein bisschen zu viel Gewicht auf den Rippen. Und wie genau dieses Klucagon-like Peptid funktioniert, vor allem das Semaglutit, was diesen Wirkstoff quasi nachahmt, dazu komme ich gleich noch kurz mal vorweg. Für wen ist eigentlich diese Spritze gedacht? Denn sie hat natürlich irgendwo auch einen medizinischen Zweck und ist grundsätzlich nicht als Lifestyle-Medikament jetzt auf den Markt geschwemmt worden, damit jeder, der ein bisschen Übergewicht hat, irgendwie Gewicht verliert, ohne viel dafür tun zu müssen. Gedacht ist es für Patientinnen und Patienten, die wirklich unter einem Übergewicht leiden, sogenannte Adipositas. Wir reden hier also von einem BMI, den man immer noch als Maß nimmt, über 30. Bei Patientinnen und Patienten mit einem BMI zwischen 27 und 30 und einem zusätzlichen Faktor, nämlich einer Vorerkrankung, zum Beispiel ein Schlafapnoe, Zustand nach Herzinfarkt, ein Diabetes mellitus Typ 2, Arthrose oder anderen Fettstoffwechselstörungen und so weiter und so fort, haben eben auch eine Indikation für Semaglutit als Abnehm-Spritze. Wichtig hier als Hintergrund zu wissen, diese Patientinnen und Patienten haben meistens schon eine ganze Reihe und eine ganze Odyssee an Arzt und Ärztin-Terminen hinter sich und auch an Therapieversuchen, Konservativ, Verhaltenstherapie, Diäten und so weiter. Sie stehen jetzt also vor einer Entscheidung, lasse ich mir eine Operation machen, eine bariatrische Operation, also sogenannte Magenverkleinerung oder eben auch das Magenband, oder aber als Option habe ich jetzt auf einmal eine Spritze, die ich mir einmal wöchentlich spritzen muss und habe in der Hoffnung denselben Effekt, dass ich also relativ schnell Gewicht verliere, um die gesundheitsschädigen Auswirkungen des Übergewichts eben entgegenzuwirken. Also für solch ein Patientenklientel ist das Ganze hergestellt worden, mal unabhängig jetzt von irgendwelchen Hypes auf Social Media etc. Aber wie funktioniert das Ganze jetzt wirklich in der Zelle mit diesem GLP und GLP-1? Das Semaklothid ist im Grunde ein Imitat des körpereigenen Stoffes und deswegen nennt sich das auch ein GLP-1-Agonist, weil es auch genauso funktioniert am Rezeptor wie das körpereigene Peptid. Es kommt also dazu, dass dieser Wirkstoff an dem Rezeptor in der Bauchspeicheldrüse ansetzt und dieselbe Kaskade lostritt, die eben auch der körpereigene Stoff macht. Und diese Kaskade besteht daraus, dass vermehrt Insulin freigesetzt wird in dem Blutkreislauf des Menschen und Insulin, ihr werdet es vielleicht wissen, führt ja dazu, dass die Glucose in die Zellen kommen und so auch verstoffwechselt werden können. Also wir wollen ja irgendwie zusehen, unser Körper ja auch, dass die Glucose im Blutkreislauf relativ konstant gehalten wird und nicht zu hoch wird. Wir müssen also Glucose ständig verstoffwechseln und das macht eben Insulin. Es schleust die Glucose in die Zelle rein und da kann sie dann verstoffwechselt werden. Kein Insulin, kein Einschleusen und deswegen summiert sich die Glucose im Blutkreislauf. Ich hoffe, das war jetzt so einigermaßen klar. Und wir schlagen ein paar Fliegen mit einer Klappe Semaglutid, denn zusätzlich wird auch noch die Glucagon-Freisetzung, ihr werdet euch vielleicht erinnern, in der Leber führt Glucagon dazu, dass ja Glucose freigesetzt wird in dem Blutkreislauf. Das wollen wir eigentlich ja auch nicht. Und genau das macht Semaglutid eben auch. Auch es hemmt Glucagon. Und jetzt kommt noch ein toller Punkt, was Semaglutid auch kann. Es verzögert nämlich die Magenpassage. Das heißt, deine Nährstoffe sind länger im Magen und du hast auch länger dadurch ein Sättigungsgefühl. Kommst also nicht in die Bredouille, dir direkt wieder das Nächste reinschaufeln zu wollen. Und alles zusammen scheint ja sehr effektiv zu sein. Funktioniert das jetzt auch wirklich? Und dafür schauen wir uns mal Studien dazu an. Hier gibt es viele randomisierte klinische Studien, also auch mit einer relativ hohen Evidenz, die verschiedene Konstellationen ausprobiert haben. Und eine Studie, die Step 1-Studie zum Beispiel, hat verglichen, was mache ich jetzt mit übergewichtigen Menschen, die eine Lebensstiländerung zusätzlich machen zur Gewichtsabnahme, keinen Diabetes haben und einmal Semaglutid bekommen und einmal ein Placebo bekommen. Also beide Gruppen sind quasi übergewichtigt. Beide haben kein Diabetes mellitus. Beide haben schon Lebensstilinterventionen gemacht und machen sie auch zusätzlich. Placebo, Semaglutid. In 68 Wochen zeigt die Semaglutid-Gruppe eine Gewichtsreduktion von fast 16 Kilo im Schnitt. In der Placebo-Gruppe roundabout 2 Kilo Gewichtsabnahme. Also wirklich nur mit der Gewichtsreduktion durch die Lebensstiländerung. Also zeigt sich hier schon eine enorme Wirksamkeit und die ist auch quasi in den weiteren Studien belegt worden. Das klingt ja fantastisch. Das Problem ist nur, beziehungsweise das, was wenige wissen, ist, erstens, sobald ich absetze, geht das Gewicht wieder hoch. Das hat man also auch in Studien gesehen. Wenn Semaglutid weggenommen wird dem Körper, dann geht das Gewicht sukzessive wieder hoch. Vor allen Dingen dann, wenn ich nichts zusätzlich mache. Also wenn ich mich wirklich nur auf diese Spritze verlasse. Und deswegen sagen auch die Forschenden auf diesem Gebiet, diese Verhaltenstherapie und auch eine Ernährungstherapie, Sportbewegung etc. ist zusätzlich einfach enorm wichtig, um sich eben auch mit der Ernährung auseinanderzusetzen, um zusätzlich eben noch einen Faktor zu haben. Denn die Spritze allein ein Leben lang zu nehmen, ist wahrscheinlich keine Option. Deswegen wahrscheinlich, weil es dazu noch überhaupt keine Daten gibt. Wir wissen nicht, was Semaglutid ein Leben lang vielleicht für Auswirkungen haben könnte. Es gibt Nebenwirkungen, die bekannt sind. Zu denen komme ich gleich noch. Die aber in einem gewissen Zeitraum nur abgesteckt wurden. Was aber nach 5, 6, 7 Jahren passiert, wissen wir halt noch nicht. Und deswegen ist es auch so wichtig, zusätzlich zu zum Beispiel dem Semaglutid, wenn du dafür eine Indikation hast, weiter auch noch zu arbeiten an dir und was zu tun. Okay, verstanden. Vor allen Dingen bei adipösen oder sogar übergewichtigen Patientinnen und Patienten ist das eine Option. Was ist jetzt mit Menschen jenseits der 27er-Linie dieses BMIs? Funktioniert Semaglutid da auch? Und das ist ja dieser große Hype, der auf Social Media auch wirklich losgetreten wurde. Dass viele Menschen, die nicht krankhaft unter Übergewicht leiden, auch Semaglutid benutzen, weil sie halt dachten, okay, die paar Pfunde mehr, die ich da habe, die möchte ich gerne auch auf einfachstem Wege loswerden. Und hier zeigen vorsichtige Tierexperimentelle Studien auch, ja, es funktioniert zwar auch, dass man mit weniger Übergewicht auch ein Stück abnimmt, aber nicht in dem Maße, wie das eben übergewichtige Menschen tun. Und auch hier ist der Effekt, wenn ich absetze, dann geht das Gewicht relativ schnell wieder hoch, wenn ich nichts weiter dafür tue. Risiken und Nebenwirkungen ist natürlich ein wichtiger Faktor. Bei jedem Medikament, was eine Wirkung hat, gibt es auch Nebenwirkungen. Das ist Fakt. Ob das pflanzlich ist, ob das chemisch ist, egal was. Und auch hier gibt es natürlich Nebenwirkungen. Die beziehen sich im großen Maße auf den Magen-Darm-Trakt. Also alles, was damit zu tun hat, von der Übelkeit zum Erbrechen mit Magenkrämpfen, auch Darmproblemen, das kann durch Semaglutid ausgelöst werden. Es gibt auch einige Fälle, wo ein Haarausfall zu verzeichnen ist, der aber reversibel ist. Also die Haare kommen dann wieder. Müdigkeit, eine Fatigue, also eine Schlappheit, die im Allgemeinen nicht anders erklärbar ist. Kopfschmerzen, Schwindeln, niedriger Blutdruck und auch Herzrasen können durch Semaglutid ausgelöst werden. Und das steht auch so dann in der Packungsbeilage. Wichtig ist, es gibt Patientenklientel, die wirklich aufpassen müssen. Schwangere, Stillende kann man, glaube ich, kurz machen. Nicht getestet daran, Finger weg bei Schwangeren und Stillenden. Aber es gibt auch Menschen, die zum Beispiel eine chronische Bauchspeichelentzündung haben oder auch eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung. Da sollte man Semaglutid eben nicht geben. Und Vorsicht auch bei familiärer Anamnese, was Schilddrüsenkrebserkrankungen angeht. Hier gibt es vereinzelt auch Daten dazu, dass Schilddrüsenkrebs eventuell gefördert werden kann durch Semaglutid. Deswegen, wenn das in der Familie oder in der Vorgeschichte irgendwie zu Tage kam, dann auch Finger weg von Semaglutid. So, dann kommen wir jetzt mal hier zum feinen Geld. Was kostet das Ganze und übernimmt das denn meine Krankenkasse? Ich hoffe doch. Da muss ich dich leider enttäuschen. Natürlich, die Leute, die das jetzt auf etwaigen Lifestyle-Gründen irgendwie beziehen möchten, die kriegen das natürlich schon mal gar nicht bezahlt, sondern müssen das monatlich selbst bezahlen. Und da bist du mit 300 Euro aufwärts dabei. Auch die Menschen, die eine medizinische Indikation hätten, bekommen es aktueller Stand nicht bezahlt. Müssen also auch die 300 Euro im Monat hinblättern. Hier gibt es ganz vereinzelt auch mal Ausnahmefälle, wo man mit den Krankenkassen individuell was besprochen hat. Aber grundsätzlich wird es noch nicht übernommen bei medizinischer Indikation. Interessant ist auch noch, dass es Anfang, Mitte des Jahres einen kompletten Lieferengpass gab von Semaglutid. Es gab es einfach nicht mehr, weil natürlich ein riesiger Hype losgetreten wurde. Nicht zuletzt durch prominente Personen, die das ausprobiert haben und auch Social Media, dass die Personen, die es ja eigentlich nötig hätten medizinisch, gar nicht mehr an ihre Medikamente rankamen. Auch deswegen wahrscheinlich auch eine große Zurückhaltung bei der Kostenübernahme, weil es ja dann doch die ein oder anderen Menschen gibt, die einen Schlupfwinkel nutzen, um an diese Spritze ranzukommen, obwohl sie es vielleicht nicht nötig hätten. Deswegen großer Appell, nein, es ist noch kein Lifestyle-Medikament. Es kann natürlich eins werden, weil, wie gesagt, wer schon mal Sport gemacht hat, sich ernährt hat, bombenmäßig und trotzdem nicht so viel Gewicht abgenommen hat, das kann frustrierend sein. Und da ist natürlich eine Spritze sehr attraktiv, wenn man das einfach mal so auf dem Blatt Papier betrachtet. Was auch sehr attraktiv ist, ist, wie ich meinen eigenen Stoffwechsel ankurbeln kann, sodass ich eben diesen Effekt habe, einer Gewichtsabnahme, kannst du dir hier in diesem Video angucken. Und wenn du Hormone nimmst und dich wunderst, warum du Gewicht zunimmst, dann dürfte ich dir dieses Video hier einmal empfehlen. Da erkläre ich das. Und ganz wichtig für euch ist natürlich, mich zu abonnieren, den Kanal zu abonnieren. Dann gibt es auch mehr Inhalte von dieser Art. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.